Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Irgendwas auf GOMMA HD. Skywars meine ich war's. Und natürlich, wie unwahrscheinlich war's, dann fängt es natürlich an zu lecken. Und ich wurde jetzt mindestens 20 mal geklickt, bevor ich es am Start gab. Und bin deswegen nicht gerade unbedingt gut gelaunt. Deswegen wundert euch nicht, dass ich gleich ganz ehrlich bin. Ich kann jetzt wahrscheinlich wieder sein. Ich bin ganz nett. Ich wurde mindestens 20 mal geklickt. Obwohl der Server komplett, äh, kein bisschen voll war. Aber 0 von 36 Leute braucht, ich hab recht, es wurde gewartet, bis 36 drauf sind. Und dann Downloading-Terrain geklickt. Also ich bin jetzt nicht gerade gut gelaunt, ja? Ich würde mir mal gerade ein bisschen tun. Alter, was für ein Idiot, ja? Darfst du mir auch was übrigen? Nein! Was sind das für Wichser? Ja, komm on! Alter, ich hau jetzt hier mit einer Steinspitzhacke auf die Art auf. Haha. Damit einfach nur die Füße. Keine Diamanten. Wer mir alles klaut, muss ich melden. Da darf ich mich damit rechnen, dass ich mit dir auskomme. Oder ich bin mir nicht. Klar. Genau. Schmeiß mir eine Scheiße hin. Okay. Also wie du sagst, eben klaut sie dir an. Was sind das für Ideen? Selbstmordkommando. Selbstmordkommando. Nein! Das sind nicht viele Glücke. Oh, ganz toffen. Fehlt dieser Wichser, ich war aber schon. Ja, ich bin tot, glücklich. Ja, ich bin tot, glücklich. Ich hasse diese Wichser, die dann einfach dahin gehen, alle Truhen, Leerräumen, egal was drin ist und dann nichts übrig lassen für die, die nicht schnell gesucht nutzen oder bei denen es ein bisschen lenkt. Guck, guckt euch das an, guckt euch das an. Ich habe recht. Und jetzt fange ich an zu joinen. Und dann werde ich gekickt. Ist es dann nicht ganz, ist es dann nicht irgendwie unwahrscheinlich, dass ich zauber bin? Ich bin so gut. Kein bisschen. Alter, ich hasse das. Ich bringe sie alle um. Und von mir, ja. Ich beschwere mich. Ich beschwere mich. Komm, ich weiß nicht nur, ich bin nicht da hinbekommen. Kids unter den Treppen. Was für ein Kids unter den Treppen. Wo ist die Kids unter den Treppen? So, jemand ist richtig gut. Ich kann mich auch. Äh. Was ist das? Künfer? Boah, ich bin, ich habe ein ernstes Traum. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein wahres Weltkummer. Ja. Ich bin traurig, wenn du nicht die in den Befall ist. In der ersten Sekunde. Oh shit. Das ist so genial. Das ist so genial. Ähm. Oh, pie. Goldener Apfel. Okay. Äh, gab es mich noch nicht weiter vergessen. Jo, wahrscheinlich. Come on, das ist kein bisschen OP, ne? Yes. Endlich bin ich mal was am Gewinnen, ne? Und ich habe auch direkt hier... Ernst, hab ich... Bitte. Ich muss doch... Also... Also... So. Wie viel Attack limitiert? 5,2. So. 5,2 wird also nicht schön. Das ist ein Schraubstil. Wo bin ich? Ich glaube, man hört die Sound nicht allzu. Komm, ich mach' mehr Diamanten. Ich mach' mehr Diamanten. Mehr Diamanten. Ich will den... Gebt mir den Diamanten. Hier drüben die Gutsverwaltung. Das hab' ich derzeit angestochen. Natürlich. Jeder drückt. Das, wovon jetzt möchte ich keinen vorliegen dir sagen. Okay. Was... Wo... Ist hier... Kohle... Eisen... Was für'n Wichser! Ernsthaft. Oh, Mann! Klar. Der hat sich ja nur ein Kitz gekauft. Nur ein Kitz gekauft. Und zwar 1 für 25.000 Korn-Streten. Der hat sich kaum eins gekauft. Ah, ich hasse es! Und ich reg' mich kein bisschen auf. Könntet ihr... Auf den Seiten... Wäre ich an... 200.000 Abonnenten haben... könnte... Der hat sich alle anderen K triumphieren... ... oder das! Der hat sich einfach oder das... Ich krieg' ich... ... Primaal. Dann krieg' ich... Dann krieg's mir alles aus aus. Die Generation ist gut. Geiz heißt gut. OP. Okay, okay, okay. Wenn man dann einen einzigen Apfel irgendwo herkriegt, dann hat man OP Goldapfel. Das ist richtig OP gut. Ähm... Die Goldenschlüsse. Ich bin drin. Oh, ich darf das wirklich. So, als erstes mal hier chain, chain, chain. Oh, ich habe noch eine Kiste. 6,25. Essen. Ähm... Nächste Kiste dürfte dann die Goldenschlüsse. Oh, nice. Und hier eine Axt. Ein scheiß Schwert. Das könnte man fragen. Äh... Das... 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 Das war perfekt. Okay. Ich bin was anderes hier verlassen. Ja. Das ist auch wahr. Und sonst... Das ist doch eine Hose. Ja, aber das... 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 Und... Alter, Ofen! Öffne dich! Öffne dich! Öffne dich! So... Ähm... Hose. Also Hose. Und dann mach ich mir jetzt grad noch... Diersch. Was für'n... Was für'n... Was für'n... Verdammter Wichser! Mann! Oh shit! Wo auch immer der hergekommen ist... Ich kann dem nicht... Was für'n... Alter! Der hatte ja nur... Tank-Kid! Was für'n Wichser! Ich töte sie doch alle! Gib mir der... Gib mir den... Gib mir den Nablus! Man kann da doch gar keinen Obsidian haben! Was bringt einem dann ein... Äh... Was bringt einem dann Nablus und ein Schaden? Warte jetzt! Warte jetzt! Warte jetzt! Ich sag mal... Du kriegst mich nicht an... Und was du hast... Komm schon! Seht doch! Und jetzt werde ich gekickt! Was ist das für'n Scheiße! Rage-Mob! Das passt jetzt! Obwohl das nicht beruhigt ist... Obwohl das nicht beruhigt ist... Was ist das für'n Scheiße! Ich lef'n... Ich lef'n... Ich lef'n... Ich lef'n... Ich lef'n... Das auch Rage-Mont machen wir noch näher Rage... Die Cloud-Teleutern... Khompress- când-c-can-c-can-c-c-can-can-c-can... ... ... ... ... ... was sind das für wichser ich habe nur ein paar arg schlechter Platz zu machen wenn du wusstet wer da reingekommen ist ich muss jetzt erst mal verstehen dann 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 Vielen Dank. 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 Okay, spitze. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.